ARD Text im Auftrag von Funk Oh jetzt eine Haftruppe ey Nein Du weißt, dass du die ganzen Dinger bezahlst, ne? Das ist mir das wert, ich hab eine gewurft Da schießt du nur noch Zins Ja, genau, mhm, alles klar Mein Reifen, mein Reifen Also ganz im Ernst, die Knete wär für mich echt nicht das Argument Was? Hallo? Hört ihr mich noch? Jemanden zu Töne mit Auto Uch, mir auf den Sack geht der stirbt Mein Wunderschöner war Au Ne, ich verfüge nicht über die Möglichkeit, ich würde euch hinterher steuern Hat jemand ein Boot? Soll ich ein Boot mitnehmen? Hallo? Warte, warte, ich möchte ja da drauf, warte Okay, fahr Hui Alter, nice Alter, nice Was? Was denn? Du kannst auf dem Anhänger stehen Seht du überhaupt nichts Das war ja gar nicht mein Pick-up, Alter Ist ja cool Kein Wunder, dass ich euch nicht hinterher joinen kann Ich bin einfach so in der Haust Oh Gott Nein, ich wollte noch Erdbeeren Der Anhänger Du bist so ein Arschloch, Alter Richtiges Arschloch, Alter Kannst du mir mal sagen, wo ich jetzt Erdbeeren herkrieg, ey? Äh, vom Erdbeerhändler Ich hab mal Erdbeerjoghurt Fahr, fahr, fahr so schnell du kannst Du musst jetzt die ganze Zeit mit dem RPG, genau Nein, ich hab die Milchschnitten vergessen Gut, Junge Ich wähle meine Ausfahrfahrzeuge nach Nutzen aus Schön Ja, das ist cool Eine Rentkiste Herzlichen Glückwunsch, du bist Kacke Du lachst schwul Ja Ah, cool Mein Rechner kommt grad null hinterher Ja, ich fahr grad im Boden rum Das ist mein Wagen Hast du den nicht festgemacht, den Rechner? Nee Der ist grad voll abgehoben Okay, nice, Alter Schwebel PC, ja? Mein Wagen Schnauze da hinten Boah, du lachst mega, Hunboy Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Jungs, wo jingelt ihr denn hier die ganze Zeit rum? Hier, Timor in Grund Weiß ich nicht, wo sind die denn? Ja, ich schicken ja schon wieder, ihr habt alle verlassen Toll? Hä? Du hast dich verlassen, Alex Ja, Junge, geschieht dir recht, Alter Ich hab hier nicht, warum Mein Anhänger, fick dich Ja, weiß ich nicht Erdbeeren Au Ohohohohohohohohohoho Ne, Beut, ne Lecker Ich bin zu meinem Auto Leckere Erdbeeren Guck dir die Erdbeeren an Boah, schlack dich gegen mein Auto, du blöde Dreckstau Dreckig, au! Hahaha! Ich kann ein Auto rohen? Mein Goooott, ey! Wer ist das denn? Alex, natürlich. Was? Mein Gott! Meine Fresse! Muss man doch merken, Alter, wenn das Mikrofon im Bart hängt. Nö, das war ja am T-Shirt. Ach so, ja, am T-Shirt. Was? Wie hängst du denn? Machst du denn so? Da hast du dein Brust reingebohrt. Ja, was da war das? Alter! Könnt man sie bitte... Gibt keine Erdbeeren! Erdbeeren sind aus, du Drecksau! Das sind meine Erdbeeren, Digga! Ich glaub, das hakt hier! Bäm! 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 So! Tot ist er! Was? Bist du tot, Stefan? Ja! Sieht so aus! Oh oh! Aber das ist nur ein Zweisitzer! Wie kann ich nicht hinten auf die Ladefläche? Nein! Was ist hier los? Tolles Auto! Wird's nicht? Warum? Find's scheiße? Tolles Auto! Nicht! Boah, du Wichser! Wuhu! Die Karre ist mega! Ja! Scheiße! Mega Kacke! Oh! Oh Gott! Stefan! Wie kann man nur so behindert sein wie du mal? Ganz ehrlich! Meine Karre ist aber nicht kaputt gegangen! Ja! Zum Kotzen! Ich arbeite nicht so scheiße! Boah! Wir sind so scheiße gestorben! Weil mich Kops angeschossen hat! Siehst du dein Auto, Tot? Siehst du dein Auto? Läufst du zum Auto? Süß! Boah! Drei Sternen! Das wird zu hart für mich! Kann man die irgendwo für die Zungen stellen? Fick dich! Du ne dreckige Wurr, der Mann! Boah! Mitten in die Fresse! Oh guck mal, der hat etwas halt lassen! Geld, 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 Geld! Alter, nicht das Auto! Mein Gott! Ich rufe gerade jemanden an, du Missgeburt! Tolles Aiming! Junge! Ich bin tot! Ich bin tot! Alles ist cool! Ich muss niesen! Huch! Nochmal! Hallo! Ich habe dir den Schuss weggehauen, Alter! Bäm! Scheiß Sniper! Was zum... Maa, er desfinkt dir weg, der Wichser! Pew, pew, pew! Warte, ich legge so hart! Ja, ist richtig! Wow! Und mein, nehme ich mit! Dreh um! Warte! Oh! Ich stehe hier am Zaun direkt! Ja, warte, warte! Dicken, dicken U-Turn, Alter! Ziehen 180 mit dem Ding! Hast du gedacht, ey! Ich spring einfach auf! Ich spring einfach auf! Ich spring einfach auf! Ja, das wird was! Das wird was, Digga! Wuh! Boah! warte! Mann, ich wollte noch wetten, du Spasti! Wahllit, ich bin ohnehin und ich mit den Spastis! Gibt's nicht, geht's nicht! Gibt's nicht! Willi! Wir haben Pickup hier, ne? Ja, Pickup! Ja! MGs diesmal oder ohne? Scheiße. Da stand nur fest und auf dem Fall. Jo, ist mit. Sniper oder nich sind das? Ja, genau, Sniper. Man kann das nicht einführen, was da für Pickups sind. Ey, wo sind denn jetzt hier? Mega laggy hier, Alter, was ist denn das, ey? Echt? Bei mir gar nicht. Bei mir auch nicht. Low Titan, ey. Ja, Titan X, ich weiß auch nicht, was die hat. Hurensohn! First Person ist Kacke. Fuck! Ich hab die Nate in die Hand. Alter, wie lange du da schießen musst, ne? Das ist ja unglaublich, Alter. Richtig schlimm. So, ich bin wieder da. Mega schlecht, Alter. Das macht überhaupt keinen Bock. Wir machen Deathmatch, aber das ist richtig schlimm, ey. Du sitzt im Traktor. Ich schieße zwei Magazine auf dich. Du steigst aus und kannst mir die einfach killen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ne? Diese Deathmatches. Das ist der letzte Ratz. Entschuldigung. Achso, ja. Ja, es ist ein Schuss, dann ist es wieder fünf. Boah, was? Ja, super. Man hat auch nur zehn Schuss oder so, gefühlt. Drei. Ja, super. Das macht richtig Bock. Oh, Entschuldigung. Ja, ja. Ich hab einfach mal reingehalten, ne? Oh, ja. Toller Typ, Alter. Alter. Oh Gott. Du glitschst ja oben voll rumhut'n bei euch, Alter. Alter. What the fuck? Ja, Alter. Mein Gott. Weißt du, was du gefressen hast, ey? Hab, glaub ich, zweimal nachgeladen, Alter. Das ist so schlecht. Ich hab so keine Lust auf Deathsmatch, ey. Das war das letzte Mal, dass wir's machen. Glaub ich, oder? Ja. Ja. Boah, ist das unwall aus. Das ist echt für Auto-Aim ausgelegt. Ja, das stimmt. Die Snipersteuerung ist so unglaublich schwammig. Das hab ich immer nur, wenn ich diese scheiß FXA und so'n scheiß. Und ich hab alles auf Loan. Das ist gar nicht so. Alter, ich hab dir so oft in den Kopf geschossen, Ims, ne? Du wirst mich hier nicht töten. Das ist der Zaun, der... Du musst dann aber eine Wurst einladen. Weißt du, mit dir, Alex, bist du dabei? Nein. Aua. Alex! Holz gilt nicht. Aha, komm doch! Nein! Wie lange denn, Alter? Der Alex kackt eine halbe Stunde. Wer hat mich denn noch mit dabei? Ha. 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 Ähm. Wow. Aua! Mann! Da müssen wir uns stehen immer eine Motto. Wie kann man in diesem Spoiler auf diesen... Hör mal! Es reicht mir jetzt hier, ey. Du kriegst jetzt erst mal ne Macke in die Karre. So. Kann man sich eigentlich so einen hässlichen Scheiß-Spoiler auf diesen Wagen machen, ne? Wie kann man das machen? Aua. Toll, ich bin schon wieder tot, Alter. Ja. Park doch auf mir. Wow! Oh! Ah! Du mich mit! Ah! Ah! Oh! Digga! Okay, warte. Wo bist du Wurst? Warte. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Rechts. Dankeschön. Wow! Ims! Wow! Nimm ich mit. Lester. Boah, Ims hast das Kopfgeld gekriegt, Digga. Marvin, vorsichtig. Marvin! Hey! Nein, ich krieg dich! Oh Gott! Oh Gott! Oh, Steine! Der Digga hat wohl bei mir gegen ne Wand gefahren? Oh, nee! Ey! Mann! Ich war schon im Schaub, guck mir die Klamotten durch. Hör nur so Beine, die Steine und dann knallt's nicht. Marvin! Alles klar, hallo Pip! Boah, Alter, diese Steuerranken von diesen blöden Flupdingern! Nö, kein Bock mehr.